Hallo Freunde, ich wollte euch nur ganz kurz Bescheid geben, dass die nächsten zwei Wochen keine Videos kommen werden, da ich im Urlaub bin und auch mal jetzt komplett entspannen wollte, ohne mir die ganze Zeit den Stress zu machen, irgendwie zu gucken, ist das Video jetzt richtig online, stimmt alles und so weiter, deswegen habe ich, und Vorproduktionsstress und so, deswegen habe ich gesagt, komm, gönn dir die zwei Wochen, ich denke die meisten von euch werden es auch verstehen, wenn nicht, tut mir das leid für euch. Ja, das war alles, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, bis dahin und ciao.